Herzlich Willkommen zum zweiten Tag des Adventskalenders und heute war Sabine darin eine Minifigur von der Ghost, die hat auch eine Waffe, hat so blau-grünliche Haare, hat eigentlich einen recht guten Torso und hat so, naja, orangene Hände, was die andere Sabine nicht hatte, die es ja schon vorher gab, der Rücken ist eigentlich auch relativ gut bedruckt, jedoch haben wir leider Sabine schon, es gibt natürlich auch einen kleinen Unterschied zwischen den Figuren, wie man hier deutlich sieht, die Haare, der Torso und generell sieht man schon einen relativ guten Unterschied, aber da wir die Figur schon haben, hätten wir uns natürlich lieber eine andere gewünscht, aber es ist auf jeden Fall okay, die Figur für Leute, die sie nicht haben.